Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, wir machen Gymnastik. Ja, das sind wahre Kerle, also für meine Mie. Er muss einfach auch mal hier halten, komm. Irgendwann kommt die Zeit, da muss ich einstehen. Nur er kann es, nur er und sonst niemand. Normal, wir haben schon normal freigeschaltet, okay? Es steigert sich immer ein bisschen. Ich hab nämlich leicht schon mal probiert. Probiert zumindest, es ist wie ein Guitar Hero für Anfänger. Oh, wie er da steht. Die Wampe raus. Das ist wirklich wie ein leichtes Guitar Hero. Aber es ist egal, ob die weiter links oder rechts. Hauptsächlich die richtige Seite muss ich erwischen. Das könnte auch ein Sailor Moon Game sein. Ich weiß nicht, es sieht so aus, als würde Broschen runterfallen. Es ist Nachbar für Österreich eine wunderschöne Kür, wie er sich dreht, wie er sich freut, wie er tanzt. Das ist wohl das Schönste, was ich einem Mie nur wünschen kann. Nur so will sich mein Mie freuen. Hat das als Gif, eigentlich als Donation, als Follower Alert, der Mie, der so am abkänzern ist. Da fehlt. Komm, ich drück doch. Perfekt. Ich weiß nicht, muss ich beim zweiten nochmal drücken oder einfach lassen? Aber Hauptsache, Hauptsache der Mie, Hauptsache, man muss sagen, Hauptsache der Mie hat seine Freude daran. Für C+, ja. Yeah, behave. Wir sind immer freundlich. Aber für Österreich wahrscheinlich nicht mal schlecht. Wo kann ich denn, wenn ich nochmal spielen klicke? Ich möchte gerne Stubierigkeit höher spielen, falls wir die... Dann werden wir sie nicht freigestalten. Okay, dann. From the new wind. From the windy... Wow. Jetzt muss ich... Wartet mal kurz. Ganz, 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 ganz. Nein, nicht leicht. Wie funktioniert das bitte, dass es funktioniert? Halten. Ja, ich habe doch gehalten. Eigentlich hätte ich... Oh cool. Eigentlich hätten wir gehalten. Wir halten es durch. Oh, round two. Wir machen das. Einer wunderschönen Krühe beginnt. Des Känzers reinen Seele. Versucht es sich hier durchzutrollen. Fängt ihn wunderbar auf. Ich lasse es doch richtig aus. Aber es macht doch so ein bisschen so, wie es... Für sich... Entfindet. Ledet Kür. Wunderschön. Getapst. Vielleicht kommt das Mr. Thaddeus. Tentakel. Als DLC-Charakter. Nur für Gymnastik. Einzige ist, wenn die Seiten automatisch wechseln. Sonst... Sonst... Ja. Wunderschön gekürt. Bäh. Wir sind wrong. Bäh. Bäh. Wunderbar. Platz 1. Ein Traum. Ein Traum wird wahr. Aber wir haben wahrscheinlich nichts Neues freigeschrieben. Wir müssen wahrscheinlich besser sein für die nächste Stufe, oder? Ja, leider. Okay, somit verabscheue ich mich mit dem wunderschönlichsten Dankeschön fürs Reingucken bei Magic Gymnastik mit Nachtmach. Dem einzigen Mie der Stadt, die das gerne gemacht haben, sein würden, könnten, wollen. Dankeschön. Bis bald. Für Sie. Und Baba. Und Baba. Uhr.